So, willkommen zurück. Ich weiß jetzt gar nicht was wir machen wollten. Ah, warten bis Cora fertig ist. Okay. Gucken wir mal. Eine E-Mail von Nightwarten. Ach so, dann machen wir das mal. Dann wird das auch schon fertig. Okay. Moment mal. Haben wir den Kartellrapport schon fertig? Das ist gar nicht. Außenposten und so. So weit sind wir noch gar nicht. Oh man. Wir haben mal eine schwarze hier. Und die ganz blaue. Wunderschön. Sieht mal gut aus. Ich habe das Notfallset, dass du mir zusammengestellt hast. Na dann. Ähm. 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 Wir hatten doch eigentlich N7. N7. Okay. Da muss ich ja langsam anfangen, N7. Nähern uns der LZ. Bauen zu können, damit es ein bisschen besser aussieht. Ja. Hat man denn hier einen Außenposten schon? Ja. Ähm. Aufklärungsposten. Kartmann. So. Halt einen Moment. Kann man gar nicht. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ähm. Ja. Mein Gott, Junge. So. Ja. Ja. Ja, na, ok. Wenn er nur 16 Prozent steht. Das Schlimmste haben wir überstanden. Ab jetzt sollte die Temperatur erträglich sein. Ok. Fühlt sich aber nicht so an. Ähm, nein. Ah, ich meine, das ist echt Grundhaftung hier. Kennen Sie irgendwelche thurianischen Taktiken? Ich kannte da mal diesen vernarrten Söldner, der einige gute... Sie sind nicht interessiert. Es ist nur... Ich habe die Taktiken von tausendjährigen Feldzügen studiert, Liam. Mann, zu Hause war diese Story ein Knaller. Ja, ähm, du bist nicht mehr zu Hause, Liam. Ja, da füllen Sie die Relikte. Ja, da füllen Sie die Relikte. Ja, da füllen Sie die Kreuzze. Ja, da füllen Sie. Ja, da füllen Sie. Ja, da füllen Sie. Haltfinder, vor uns liegt eine Reliktstätte, möglicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Du bist aber ziemlich spät, Junge. Bin ich ja schon längst vorbei. Sie brauchen einen neuen Unterzieher, Korra. Ach so. Pathfinder, dieser Ort würde sich für einen Außenposten eignen, aber der Planet ist noch nicht bewohnbar. Hatten wir das nicht eigentlich gemacht? So können wir das erst mal an so einem Ding vorbeifahren. Hm. Wo ist denn so ein Teil? Was 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 ist denn so ein Teil? Ich glaube, da ist so viel da hinten. Aber, dann, ich hab ja auch. Mein Mann! Haltfinder, diese Reliktstätte könnte über Verteidigungssysteme verwenden. Ja, ja, ist jetzt gut, Junge. Ich bin nicht auch n Geist. Gott, dreh dich doch mal nach hinten, Mann. So. Kommt da noch jemand? Meistens sind wir zwei. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung wieder hergestellt. So, ich bin jetzt erst in einem anderen Typen. So, ich bin jetzt erst in einem anderen Typen. Boah. Meine Fresse heute, Mann. Alter, ey. Echt, ey. Ich bin jetzt erst in einem anderen Typen. Okay. Ich bin jetzt erst in einem anderen Typen. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Ja, gut gemacht, Raider. Ja, gut gemacht. Ich bin jetzt erst in einem anderen Typen. Und dann noch da hinten, der ist gar nicht. In dem Spiel. Zumindest. So. Doch. So. So, ich bin jetzt erst in einem anderen Typen. So, ich bin jetzt erst in einem anderen Typen. Oh ja, da geht's noch. Komm, komm, komm. Oh, als nächstes ist da 1000? 2000, okay. Wir halten die Waffe ziemlich verkrampft, Cora. Alles okay. Wenn wir alles wieder auf Kurs kriegen, ist alles okay. In Ordnung. Guck mal. Komm mal. Können wir uns vielleicht einen dieser angaranischen Strahler besorgen? Ich habe den Eindruck, die Heizung des Nomad bringt überhaupt nichts. So kalt bringt es gar nichts. Also Schluss damit. Ich glaube, mein Anzug hat eine Fehlfunktion. Meine Zehen sind ganz taub. Ich habe ihn noch nie gepflegt. Danke. Ich habe ihn nicht geholfen. Ich habe ihn nicht geholfen. Die Temperaturen liegen im normalen Bereich. Lebenserhaltung wieder hergestellt. Meine Fresse, Junge! So, da hoch, da hoch, okay. Nehmen wir erstmal den da hinten. Also den hier. Ah Junge, alte bleibt doch nicht hängen. Ist ja noch schlimmer als wie Horizon Zero Dawn. So, was haben wir mit zwei gleichzeitig? Wo geht der dritte lang? Da hinten lang. Ah, von oben? Was? Ja, ja. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Würfen. Oh, jetzt bleib hier nicht hängen ey, Mann! Ja, Gott, Mann! Ja, Gott, Mann, ey! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich bin jetzt kommin raus! Oh! Ich vermisse es, den Weg anhand von Dingen zu erklären, die es früher mal gab. Wovon reden Sie überhaupt? Dort, wo früher die Pommesbude war, das nenne ich Heimat. Das kommt noch, wenn wir unsere Jobs erledigen. So, dann machen wir dann das hier. So, dann machen wir dann das hier. Nicht so weit runter, Mann! Sieht aus, als wären da vorne, Kit. Wir sollten vorsichtig sein. Jetzt bleibt uns einfach an der Seite vorbei. Wir texten davon. Sehr viel? Gut. Oh, nein. So, bei den Monoliten liegen wir mal. Und ich? Ich darf mal hier hinten lang. Meiner Güter! stellen sie sich mal vor wie groß sie erst werden wenn es hier nicht so kalt wäre was ist denn ja wer stirbt denn meine güte könnte man nicht mal arbeiten lassen das war gute arbeit wo sie wollen wir haben eine ganze galaxie zurückgelassen ich packe mal so wohl wunderbar das fahrzeug so sind wir drinnen einzeln meine fresse heute da sammelt doch man keine zeit woanders da hinten ich glaube das genügt scheiße morgen mit 300 teilen ich müsste man da nämlich viel mitnehmen korra stärkt die schilder das ist mir lieber als andere aber jetzt bin ich noch nicht so stark ich registriere temperaturen unter den normalen nicht der beste aber gut und was wäre der beste name hey nur weil ich mich beschwere bedeutet das nicht dass ich darüber entscheiden will das bedeutet es nie ja jetzt 줘 ja 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 Und los geht's. Temperaturen liegen im Normalbereich gerade weiter. Die Lebenserhaltung wieder hergestellt. Okay, ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Was denkst du, was wir hier machen? Spielen? Hm. Keine Ahnung. Dauert aber so lange? Ja, ja, ja. Ich muss mich da oben noch einschalten. Ja, das ist wirklich dur. Oh Gott. Wann ich da hin? Oder muss ich da hin? Nicht so weit. Nicht so weit runterfallen. Die wollen uns doch verarschen. Bleiben Sie wachsam. Komm, da kommen noch mehr. Ach echt? Wie kann man so schlecht vorbeiziehen? Sauberer Schuss. Wann? Wann kommt der? Wann kommt der? Wann kommt der? Wann geht es? Åh. Genau. Wat? Hier hast du mal eine Granate, spüren wir damit Was ist denn? Was ist denn noch her? Leute? Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten wir den Bereich besuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen? So, ich mach jetzt mal ein bisschen kürzer. Mal, wir müssen jetzt gleich den Pilz trennen. Nee, ist jeder noch 30 Minuten. So, bis zum nächsten Part. Haut rein und tschüss!